Yeah, real talk, oh, von der Straße für die Straße, yeah Was passiert, wenn meine Reime für den Arsch sind? Werden wir wohl leider nie erfahren, aber scheiß drauf, ich bin funky und das reicht Wohl anscheinend nicht für den Aria-Nachweis, hoppla Manche Dinge sollte man nicht laut sagen, ach wobei, das steigert zumindest Verkaufszahlen Ich wäre beinahe in einen sehr weiten Weg gegangen, doch dann hatte ich wieder WLAN-Empfang Jeder, der meine Sachen illegal runterlädt, stirbt in der Regel mit 40 an Lungenkrebs Ist doch wahr, das ist, was unsere Statistik sagt, ja, guckt doch auf dem Flipchart nach Ich grüß meine Brüder im Knast an dieser Stelle nicht, denn das würde die Aufmerksamkeit der Polizei auf mich lenken Ich markiere meine Facebook-Freunde, nicht auf Fotos, ich entstelle sie mit Schwefelsäure Ich hab eine Theorie, wer an der Uhr gedreht hat, aber wenn ich dir erläuter, lacht ihr mich sicher aus Drum lass ich das Wenn ich wollte, könnte ich natürlich cooler rappen, aber ich muss halt scheiße rappen, damit ich das sagen kann Tick-Tack, wer hat an der Uhr gedreht? Tick-Tack, wer hat an der Uhr gedreht? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab an der Uhr gedreht Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab an der Uhr gedreht Tick, tack, wer hat an der Uhr gedreht? Tick, tack, wer hat an der Uhr gedreht? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab an der Uhr gedreht Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab an der Uhr gedreht Eigentlich voll schade, zwischen Anfang und Ende 20 Waren es bei mir nur paar Tage und bald schon ist mein 30. Geil, dicker, und ich hab genau einen Schein wie ein Heiliger Eines bleibt sicher, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bau ich ein Reizwort ein Nein, ich nick, ich mein Heil Hitler Denn Adolf ist und bleibt Garant für Aufmerksamkeit In einem Land, in dem man so gern seine Aufregung zeigt Aber mehr auch nicht, ehrlich, hier ich teile keine Petition Sonst hält man mich am Ende für einen guten Menschen Aus demselben Grund werd ich auch kein Blut spenden Lieber mit coole Menschen Schule schwänzen Wer kennt den Unterschied zwischen Krieg und kriegssehnlichen Zuständen? Ganz bestimmt die Kanzlerin oder einer von euch Studenten Streng dich an, mein Kind finde eine Brutstätte Mach, tu bin tafte Jugendliche, irgendwann ist alles zu Ende Ich chill die ganze Nacht im Club der Liebe Saufen ist für mich was Subversives Für ein Geständnis fordere ich absolute Immunität Na gut, okay Ich hab, ich hab, ich hab an der Uhr gedreht Tick, tack Wer hat an der Uhr gedreht? Tick, tack Wer hat an der Uhr gedreht? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab an der Uhr gedreht Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab an der Uhr gedreht Tick, tack Wer hat an der Uhr gedreht? Tick, tack Wer hat an der Uhr gedreht? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab an der Uhr gedreht Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab an der Uhr gedreht Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.